Willkommen zu einer neuen Folge von Rocket League und ich verkack wieder die Anformation, wie das von mir gewohnt ist. Der Major. Jetzt bringt ihr mich durcheinander. Aber nee, Saraz ist dabei. Dennis, Anton, Leno und Curry. Hey Major! Hallo! Alle auf Auto, ne? 1, 2, Auto. Okay, hallo. Major und... Wer ist der andere mit dem Team? Oh! Ja, Anton! Das ist doch ne super Nummer. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt... Major hat jetzt... Ich hab 10 Spiele mit Dennis, 10 verloren. Oh, ich komm jetzt dran hin. Nein, 9 haben wir verloren, Major. Okay, okay, alles klar. Ihr seid siamesische Zwillinge. Ja, die Major und ich sehen 1 zu 1 genauso aus. Ja, die sehen sich echt verblüffend nicht ähnlich. Oh, wir haben keinen Torwart. Achso, ich bin Torwart bei euch. Ich bin Torwart Major bei euch. Ja. Ja, soll ich Tor? Nee, nee, ich mach Blau Tor. Was? Du gehst einen Ball rein. Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben ja in der letzten Folge, das war ja die spannendste Folge aller Zeiten. Hey, ich bin Torwart! Ja, habt ihr gesehen, was mit meiner Karre los war? Guck mal, guck mal. Hey, was war denn? Klar. Besser Torwart der Welt. Guck mal. Wo ist denn der Torwart? Hey, wo bist du denn welcher? Nein. Ja, mit Heleno so. Ich geh jetzt durchs Bild. Geil. Meine Karre hat sich überschlagen und dann lag ich da. Ja, jetzt hab ich gesehen. Du bist doch gegen den Post die ganze Zeit gefahren. Der ist unser Keeper jetzt. Alter, wir haben keinen Keeper. Ich bin vorne. Geht zurück. Tut mir leid. Tut mir leid, ohne Witz. Alter. Hab ich. Da war ich irgendwie völlig durcheinander gerade. Wie immer. Ey! Das mach ich wieder gut. Oh! Ja! Ja, es ist. Jetzt werden wir so richtig auseinander geschlagen. Jetzt zieht das nicht alle auf mich, Mann. Ey, ich muss gar nichts machen bei Kirby und Leno. Ja? Fahr ich nur dran vorbei. Wenn man so keinen festen Torwart hat, ist das so easy. Und wenn man mich im Tor hat, ist das auch easy. Ja, dann geh ich ins Tor, Leno. Äh, Major. Geh mal drauf da jetzt. Ja, okay, go. Leno. Boah! Sorry, Leno. Alles gut. Alter, Leno will es nicht als Feind haben. Okay, Jungs, komm. Oh, nein! Ich dachte, ich hacke es da weg, aber... So schön. Oh, oh. Oh, Moment. Dich nehme ich mit. Moment, wo bin ich? Danke, Dennis. Dankeschön. Oh, Moment. Hast du wac... Jawoll. Schön. Euch. Aber der geht nicht rein. Oh. Das war knapp. Das war eine ganz knappe Angelegenheit. Alter, im Flug gecatcht. Hast du? Hey, wie hast du das denn gezeigt, Anton? Alter, ich DDoS dich gleich. Der kommt gut rein. Der kommt gut rein. Haut ihn rein. Komm, Freunde. Nein! Knappe Nummer. Schön, Dori. Boah, geiler Feilrückzieher. Mega Feilrückzieher. So. Springen alle vorbei? Geil! Alle springen vorbei. Curry! Nein! 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 Oh, schade. Kein gutes Wende. Hätte ich einen Drift anwenden. Nee, 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 nee. Doch, der ist keiner. Oh! Zurück, zurück, zurück. Ich bin da. Gerade keiner, aber ich kann reingehen. Geh zurück, nee, ich geh zurück. Geh, geh, geh. Geh drauf, Matcher. Machen wir jetzt jetzt immer der letzte Mann? Oh! Geh daneben. Geh drauf, Jungs! Ah, schon wieder! Ich krieg diese Seitwärtsdinger manchmal einfach nicht eingeschätzt. Immer noch nicht. Auch nicht nach zwölf Folgen oder so. Ich glaub, dafür musst du hundert Matches erst mal alleine machen, damit das so, so drauf ist wie so ein Lenore. Ja, nein! Nein! Oh, sorry, Mann. Ich hab's nicht gesehen. Man braucht einfach ne Minimap, damit man sehen kann, ob mein Gegenspieler besser steht. Aber das macht's ja eigentlich auch aus. Muss uns das Beste absprechen sollen. Jo. Ah, schade. Oh, ich hab ja alles hier. Knallinei, Saratsa! Ah, da kam noch der Anton rübergeflötter. Ah, da kommt der Dori wieder aus dem Nix. Oh, ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Der ist drin. Oh, nein! Hat der den noch gekriegt, ey? Ja, der Anton hat's versucht. Ja. Ich fühl mich grad richtig scheiße. Der Balle. Ja. Der Balle. Irgendwie ist die mein Match heute. Der parkt erst mal sein Auto. Ja, gewünslich. Wie war das mit... Anton ist im Tor. Anton hast du? Oh! Der Kapitän. Super, Anton nochmal. Meine Fresse, Freunde! Okay, ich komm mal nach hinten hier. Curry muckt wieder auf. Ball kommt erst im Tor. Dennis. Jungs. Eine Minute noch. Jetzt muss was kommen. So. Schlecht. Ich bin nicht mal am Ball. Komm, die Mitte getendelt. Curry, schönes Ding. Oh, oh. Der ist sauber. Der ist sauber. Ja! Nice. Sehr schön. Wie knapp das war, ey. Guck mal. Trau mir. Guck mal, wie knapp dieser Ball war. Ich hab' mir auch gar nicht drin gesehen, muss ich sagen. Uh. Ja, da warst du fast dran, ne? Ja. Ja, das war ne sauknappe Geschichte. Der ist der letzte Mann bei uns. Der Anton ist im Tor. Ja. Ich bin gerichtbar drauf. Schön, Curry. Der ist ein scheiß Regenbogen dahinten. Pass auf, der provoziert. Ah! Guck mal, was soll das? Der hab' ich gar nicht bewegt. Ich stand einfach. Ah, fuck. Komm, nochmal. Sehr gut. Fein. Nein! Ah! Schön. Und jetzt alle drauf. Los, Anton. Nochmal. Leno, Leno, Len. Boah, gut. Keiner ist hinten geblieben. Jungs! Boah! Den Curry steckt mal kein Tor mehr. Nein! Curry hauen rein! Nein! Na! Jawoll! Oh Mann, ey! Teilsdruck! Gutes Spiel! Gutes Spiel! War ein gutes Spiel! Musst du bereit machen! Musst du gar nichts machen! Nochmal dieselbe Teams, oder was? Ne, wir machen einfach nochmal Auto, oder? Auto. Wir fahren nochmal Auto. Starazza? Ja, ich bin ready. Ich bin ready, Jungs. Ich bin ready. Ja, ready. For a major. So ready, we need so far! Eins, zwei, drei. Benno und Curry! Oh, jetzt! Dream Team! Oh mein Gott! Best Mann, super! Okay, ich bleib hinten! Oh, welcher! Das Ding ist, der Curry und der... Hol dir den! Hol dir den! Ich bin hinten! Geh rein, Major! Hier, Rückpass! Oh, der Mexikanische! Oh, schade! Ah, giss es! Anton! Oh, da war keiner! Oh, der Figur! Oh, der war fast drin! Am besten ist der Dennis, haut gegen den Bus, weiß das Volk, äh, gegen den Ball ist vollkommen alleine und schreit Anton. Die Emotionen! Achso! Nein! Hast du Major? Ja! Du, wir hässigen du! Ich bin nicht was hässig! Ey, warum drehst du dich an? Au, au! Titsch weg! Nein! Nein! Was machst du der Sarazard? Kommt der denn? Boah, scheiße! Ich war so dran! Fuck! Der Major führt immer das Ding! Ich hab grad einen probierten Konter einzuleiten, aber na! Ne, ich mit mir, Waller, die muss! Boah! Man sieht aber ein bisschen, nur Leno, wie er da steht so! Der Leno ist einfach so... Du, 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 du! Sehr bedrohlich! Fällt nur noch der Eubein, ey, ganz ehrlich! Hä? Wie so ein Westernfilm, weißt du? Achso, Eubein! Rollt aus dem Eubein durch! Vorsicht! Lele! Komm, da ist noch alles drinne! Wir könnens machen, Major, Antonio! Ja! Wir sind ja klar! Wir sind gleich klar! Wir haben zwei Gegner... Oh! Nein! Jaaa! Oh! Ey, den hat er noch bekommen, tatsächlich! Entweder bin ich im Siegerteam, bin der Salzar des Curry-Teams. Ich dachte einfach, der geht vorbei, wisst ihr? Ich bin hinten, Jo. Ist noch nichts entschieden. Noch genug Zeit, Jungs. Wir spielen halt gegen den Stärksten einfach. Wo knallt der denn hin? Wo kommt der denn her? Habe ich. Vorwort. Schön gemacht. Was soll das denn? Ey, warte mal. Oh, fuck. Den wollte ich mir an der Toe messen. Ja, ich bleib drin. Dennis hat da eine gute Schussposition. Lendo, eine ganz gefährliche Nummer. Boah. Schön, Lendo. Die Titschen sind vorbei. Ja, drück den da vorne. Genauso ist es richtig, Freunde. Das Ding da vorne drücken. Boah. Major ist da und komm schnell. Nix da. Ey, krass. Respekt, Mann. Super, Lendo. Ja. Scheiße, Tor ist frei. Nein! Er hat den Seitenwärtssprung nicht gemacht. Er hat den Seitenwärtssprung nicht gemacht. Schade, Lendo, schade. Bin nicht im Tor. Er ist noch. Ne, ist er nicht? Ist doch gescripted. Geh, bin zurück. Okay. Huh? Oh, scheiße. Jetzt. Nein! Alter, ich wurde so weggetitcht. Mega geil, Lendo. Fuck. Guck mal jetzt. Guck mal, wie ich vom Lendo weggepresst werde. Perfekt. Perfekt, Jungs. Okay, Dennis ist hinten. Ja, ich bin hinten. Geht drauf, Jungs. Ich bleib hinten, Anton. Geh ruhig. Okay. Walle, willst du mal raus? Ja, ist okay. Wir können Wechsel machen gleich. Boah, das ist ein Traum. Oh. Okay, ich bin im Tor. Ah, ich dachte, ich bin hinten noch. Jetzt komm. Dennis, komm, 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 komm. Jawoll. Alles unter Kontrolle, Curry. Nein. Daneben gesprungen. Schön, Curry. Oh, was für ein Presse. Er ist mit deinem Tor, bin mit deinem Tor, Curry. Schön. Schön. Ah, nee. Schön, Antoni. Hol den dir. Antoni. Du alte Ravio. Anthony. Ach, fuck. Jetzt komm, 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 komm. Komm, Antoni. Oh, oh, oh. Ich bin nicht im Tor. Komm, der kommt rein. Der kommt rein. Bin im Tor, bin im Tor, bin im Tor. Ja. Ja. Titsch, gefährlich rein. Oh, jetzt einer. Oh. Schön, schön, Leno. Jeder, du dich, du. Lennor. Ja. Der ist es. Nein. Ja. Nein. Ach, Mann. Das macht keinen Spaß gegen den Leno. Nicht die Mama, nicht die. Nicht die Mama. Alter. Das ist Baby, ne? Ich bin im Tor, Lennor. Geh ruhig. Achso. Ach, du bist noch hinter mir. Boah. Boah. Alter. Ach, du warst im Tor. Schade, wir haben uns echt gut gehalten eine Zeit lang. Da klappt aber auch gerade alles. Das war der Giant Salamander, ja. Giant Salamander. Sehr gut. Geh, ich bleib im Tor. Komm, geh. Geht, geht. Ich bleib im Tor. Geh Curry, wir machen das jetzt safe hier, oder was? Warte. Sehr schön. Ah, verdammt. Da kam der Major. Bitteschön, Curry. Ja. Nein, der Tisch ist gefährlich. Anton. Nein. Drüber. Oh mein Gott. Dankeschön. Abgeräumt. Ich hab den nur so ein bisschen angedutscht. Der ist irgendwie komisch geflattert. Und dann, oah. Ich hab den irgendwie versucht noch zu kriegen. Der war eigentlich so low. So low. Okay, ich bleib hinten. Alles nach vorne. Komm, alles nach vorne. Ne, lohnt sich doch nicht. Es ist egal, ob wir jetzt 6-7-0 verlieren. Ne, lohnt sich doch nicht. Ich hab die Jungs erwischt, aber... Ich hab die Jungs erwischt, aber... Komm, ich mach jetzt ein 1-2-0. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nix da. Sarazakorn. Auch Curry, gefährlich. Ja! 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 Schön, danke. Der ist doch Rückerts gefahren, ey. Scheiße. Der war aber auch ganz mies getitcht irgendwie. Von gefehlt, ey. Der war so richtig mies. Ja, ich bin zu früh gesprungen. Passiert mir, stell mich. Geh drauf. Und ich will nochmal im Spiel machen. Das ist so schön. Nix da. Jetzt aber nicht. Den mach ich noch rein. Den mach ich noch rein. Ne. Ja gut. Ja! Ja! Hau mal wieder herrgehe immer. Hall in there. Oh schade. Fick in die Facke. Fliegen wir. Fack in die Ficking. Ich hab den... Ich hab den Polizeihelm bekommen, Mann. Ah, ich hab mein Bestes gegeben. Naja, war wohl nix, ne? Das war ein Satz mit X. War wohl nix. Hä? 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 Ich hab genau wieder grad so davor sitzen, weißt? Hä? Mh, was ist los mit dir denn das? Mein Name ist Sarata. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich spiele die liebgeile Computerspiele. Die zwei. War im Rocket League. Und ja, wisst ihr alle, ich bin der beste Spieler aller Welt. 140 Punkte. Vergesst den Currywurst mit seinen 360. Ich hab dich der alte Loser. Der hat ja schon viel öfter gespielt, deswegen zählt das nicht. Genau wie der Leno. Nur weil die Profis sind. Nur weil die Profis sind, geben die voll an. Das geh ich sagen. Ja, sag's ruhig weiter, du Arschloch. Ey, hör mal zu, ey. Jetzt geht's euch auf die Schnauze. Halt die Fresse, du Wichser. Aber okay. Sag es da. Okay. Was ist denn los, Leute? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab einfach mal mitgebracht. Mentale Verzweiflung einfach, weißt du? So. Ich würd sagen, das war's von Rocket League. Ja, ich hab die Schnauze voll von dem Spiel. Nee, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir machen jetzt eine Sessionpause. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Folgen davon sehen wollt. Vielleicht machen wir da noch ein paar. Ansonsten war's das jetzt erstmal von diesem unglaublichen Spiel, was viel Spielspaß und Spannung reingebracht hat. Ja. Es war eine Ära. Eine Ära geht zu Ende, kann man fast sagen. Das war sehr schön. Kurier das abschließende Wort. Ich freu mich auch. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Tschüss. Knall den Ball in den Tor. Kurier die schönsten Beine der Welt. Oh ja. Wo sieht's aus? Oh. 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 Vielen Dank.